Wer der Größte sein will, Jesus bringt seinen Jüngern etwas bei. Einmal stritten sich die Freunde von Jesus, die Jünger. Wer von uns wird wohl in Gottes neuem Königreich der Wichtigste sein? Bestimmt ich, weil ich immer sofort bereit bin, alles für Jesus zu tun. Nein, bestimmt ich, weil er gesagt hat, dass er mich besonders lieb hat. Ach Quatsch, bestimmt ich, weil ich immer genau wissen will, wie er die Dinge meint. Was meint ihr, warum er mir die Verantwortung über unsere Finanzen anvertraut hat? Bestimmt, weil er mir besonders vertraut. Jesus bekam das mit und rief sie deshalb zu sich. Als sie versammelt waren, holte er ein kleines Kind zu sich. So, sagte er, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie dieses Kind, wird keiner von euch überhaupt in Gottes Königreich kommen. Wer von euch der Wichtigste sein will, soll sich so klein machen wie ein Kind und alle anderen höher schätzen als sich selbst. Wer ein Kind aufnimmt, weil er mich liebt, der nimmt auch mich auf.